Kompressoren. Damit können wir den Sound beim Abmischen richtig charakterstark und interessant gestalten oder aber den kompletten Mix dabei zerstören. Hallo und herzlich willkommen liebe Producer. Ihr habt auf Discord abgestimmt über das heutige Videothema und gewonnen hat das Mixing-Thema, nämlich Kompressoren. Welche Arten gibt es und was unterscheidet sie im Klang? Im heutigen Video wollen wir zuerst nochmal die Grundlagen zu Kompressoren rekapitulieren und schauen, was Kompressoren eigentlich tun. Und anschließend schauen wir uns die vier populärsten Arten von Kompressoren an und vergleichen die im Klang. Ich gebe dazu Empfehlungen, welche Kompressoren ich aktiv beim Abmischen verwende und damit bekommst du einen umfassenden Überblick in das Thema Kompressoren-Typen. Und bevor wir direkt loslegen, gestattet mir noch einen kurzen Hinweis zu unserem Pro-Member-Bereich auf mein-home-studio.de. Dort veröffentlichen wir aktuell eine komplette Serie zum Thema Sounddesign mit Retrolog 2 in Cubase. Also wenn du eigene Sounds gestalten willst mit Retrolog, dann ist das eine wunderbare Serie für den Einstieg in das Thema. Und dort gibt es übrigens noch eine ganze Menge weitere Kurse von mir und von anderen Musikern und Produzenten rund um Musikproduktion, unter anderem auch zum Thema Abmischen lernen. Ja und da die Abstimmung über das heutige Videothema auf Discord so gut funktioniert hat, möchten wir das Ganze gerne wiederholen. Ihr könnt ab jetzt für eine Woche bis nächste Woche Donnerstag auf Discord abstimmen für eines der nächsten Videothemen hier für YouTube. Und damit legen wir los, auf geht's in Cubase. Ich starte heute mit einem Cubase-Projekt, das wir in unserem letzten Livestream hier auf YouTube produziert haben. Klingt so. Dieses Projekt ist nicht abgemischt und ich habe hier tatsächlich alle Kompressoren aus den bestehenden Instrumenten entfernt. Und viele davon sind auch live eingespielt. Also eine wunderbare Situation, um uns Kompressoren hier drauf anzuhören. Okay, rekapitulieren wir nochmal für alle, die sich vielleicht mit Kompressoren noch nicht so auseinandergesetzt haben. Was genau tut denn ein Kompresse? Wie arbeitet denn ein Kompresse? Ich schalte mir mal die Funk-Drums hier oben solo und lade hier mal von FabFilter den Pro C2 drauf. Ja, hier können wir sehen, wie das Signal unserer Funk-Drums durch den Kompressor durchläuft und dabei komprimiert wird. Das bedeutet, dass es insgesamt ein Stückchen zusammengedrückt wird, die Dynamik wird eingeschränkt. Damit wird es insgesamt ein bisschen dichter, klingt vielleicht auch ein bisschen druckvoller. Und wir können es insgesamt im Mix dadurch lauter machen. Und dabei wird nicht das gesamte Signal komprimiert, sondern nur die Stellen, bei denen wir einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Also wir wollen die lautesten Stellen in unseren Drums komprimieren, sodass die Spitzen, die in der Dynamik auftauchen, eben ein bisschen komprimiert werden. Dafür gibt es hier diesen Threshold-Parameter. Das stellt den Schwellenwert ein und wenn der überschritten wird, wird das Signal eben komprimiert und wenn es drunter liegt, dann eben nicht. Ja, jetzt passiert keine Kompression. Und jetzt, sobald diese Spitzen hier den Schwellenwert überschreiten, wird genau an diesen Stellen komprimiert. Und danach eben wieder nicht. Und jede Stelle im Signal, bei der dieser Schwellenwert überschritten wird, wird in einem bestimmten Verhältnis komprimiert. In einem Ratio auf Englisch. Das steht bei mir aktuell hier bei 4 zu 1. Das bedeutet, alles, was lauter ist als mein Schwellenwert, wird mit 4 zu 1 Verhältnis komprimiert. Wir können diesen Schwellenwert einstellen von 1 zu 1, bedeutet gar keine Kompression, bis zu unendlich zu 1, wird hier als 100 zu 1 dargestellt. Ist also dann so starke Kompression, dass alles, was über dem Schwellenwert liegt, quasi glatt gemacht wird. Wenn man anfängt, mit Kompressoren zu arbeiten, dann ist es häufig schwer, diese Kompression überhaupt zu hören. Und viele Leute neigen dann dazu, Threshold und Ratio sehr stark einzustellen, sodass wir eben eine Überkomprimierung darin haben. Überkomprimiert bedeutet, dass das Signal insgesamt viel zu stark verdichtet wird, sodass es richtig dicht und matschig klingt und man überhaupt nicht mehr die einzelnen Anschläge richtig hören kann. Klingt zum Beispiel so. Ja, die Drums klingen dann also richtig drückend, es wirkt insgesamt matschig und es ist nicht mehr so definierbar, wie genau die verschiedenen Anschläge hier der Drumsounds eigentlich klingen sollen. Deshalb ist beim Arbeiten mit Kompressoren oft weniger mehr und wir arbeiten lieber mit sanften Threshold-Einstellungen. Aber, dass wir mit den Kompressoren die Dynamik einschränken wollen und das Signal verdichten, war nur die halbe Wahrheit. Ganz, ganz wesentlich ist nämlich auch, wann genau komprimiert wird, also wann die Kompression einsetzt und wie sie wieder loslässt. Das gestaltet ganz, ganz viel am Klang von Kompressoren und wir haben dafür auf der rechten Seite hier die beiden Regler für Attack und Release zur Verfügung. Stellen wir uns vor, da kommt so ein lauter Kickdrum-Anschlag des Weges und überschreitet hier unseren Schwellenwert. Wie lange braucht denn der Kompressor, bis er eigentlich mit der vollen Kompression hier komprimiert? Genau das stellen wir mit diesem Attack-Parameter ein. Also wie viel von dem lauten Kickdrum-Anschlag soll zu hören sein, bevor der Kompressor den Rest davon verdichtet. Und im Moment ist das sehr, sehr gering eingestellt, auf 0,25 Millisekunden. Aber wenn wir hier ein bisschen mehr durchlassen, werden wir hören, dass wir mehr von den Transienten mitbekommen. Transienten sind also genau dieses Anschlaggeräusch, das wir hier beim Überschreiten des Schwellenwerts erhalten wollen. Mehr von den Transienten durchzulassen, lässt die Drums also ein bisschen knackiger und präsenter wirken und ist eine wunderschöne Art und Weise, diese Drums auch ein Stückchen hervorzuheben in einer Produktion. Und die andere Seite der Medaille ist der Release-Wert. Damit stellen wir ein, wenn der Schwellenwert wieder unterschritten wird, wie lange dauert es denn, bis der Kompressor wirklich ganz loslässt mit der Kompression. Ja, jetzt ist das ganz kurz, der lässt sofort wieder los und das können wir aber auch glätten und langsamer ausklingen lassen. Also, mit diesen beiden Parametern, Attack und Release, lässt sich ganz, ganz viel in dem Sound der Kompression gestalten. Wenn wir das Signal der Drums aber insgesamt verdichten, ist das Signal nach der Kompression natürlich leiser. Deswegen bringen die meisten Kompressoren einen Gain-Regler mit, mit dem wir im Nachhinein dieses Signal insgesamt wieder anheben können. Das ist also einfach nur eine Art Lautstärkeregler, ist das gleiche, als würden wir hier den Fader bewegen. Und ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle ist es, den Gain-Regler vielleicht dafür einzusetzen, AB-Vergleiche machen zu können. Ohne Kompressor, mit Kompressor. Damit wir gut vergleichen können, wie unser Mix mit und ohne diesem Kompressor klingt, wollen wir den Effekt immer mal auf Bypass schalten und umgehen. Und damit können wir schnell mit einem Klick direkt vergleichen, wie das Ganze mit und ohne Kompression klingt. Ja, wenn unser Make-Up-Gain falsch eingestellt ist, ist die Lautstärke mit und ohne unserem Kompressor halt unterschiedlich und dann lässt sich das wirklich schwer miteinander vergleichen. Deshalb können wir den dazu nutzen, auch die Drums nach der Kompression auf ein Level zu bringen, das sich gut vergleichen lässt mit dem Original. Sehr schön! Und dass diese Grundlagen beim Abmischen mit Kompressoren beachtet werden, ist tatsächlich viel, viel wichtiger für den Gesamtsound, als das Verwenden von speziellen Kompressorentypen. Diesen Kompressor hier, den FabFilter Pro C2, den setze ich selber unglaublich gern ein für transparente Kompressionen. Das bedeutet, dass wir von der Kompression eigentlich gar nicht so viel am Sound verändern wollen, sondern dass sie möglichst transparent, clean wirken sollen. Und dafür gibt es genau diesen Clean-Style hier unten, der dafür ausgelegt ist, transparent zu wirken. Aber an vielen Stellen beim Abmischen bieten uns Kompressorenarten auch die Möglichkeit, unser Signal auch zu färben und in eine bestimmte Richtung zu komprimieren. Und die vier populärsten Typen von Kompressorenarten wollen wir uns jetzt der Reihe nach anschauen. Los geht's mit dem Fettkompressor! Ja, Fett- oder FET-Kompressoren stehen in ihrer Abkürzung für Feldeffekt-Transistoren. Und dieses Plugin CLA76 ist eine Emulation des wohl berühmtesten Fettkompressors, nämlich des 1176ers. Diese Art von Kompressoren zeichnet generell aus, dass sie sehr schnelle Attack- und Release-Zeiten haben. Und der Sound, den wir durch die Kompression bekommen, der ist eben sehr punchy, sehr druckvoll, sehr fett. Diese Art Kompression ist also im Mix sehr auffällig, lässt Sounds sehr präsent wirken und gibt denen auf jeden Fall Gewicht. Ja, und deswegen wird diese Kompressionsart auch sehr häufig für Parallelkompression verwendet. Wenn wir eben nicht ganz so viel von diesem Gewicht hinzugeben wollen, ist es manchmal auch sinnvoll, diesen Kompressor nur auf einem Send-Effekt-Kanal zuzumischen, damit eben nicht 100% davon zu hören ist. Ganz besonders passt der zu Spuren, die im Mix am Ende weit vorn stehen sollen und die Gewicht bekommen sollen. Zum Beispiel Drums, Bass, Gitarre oder Vocus. Damit lassen sich Signale also wunderschön färben und es lässt sich ganz viel Charakter dazu geben. Eine Sache, die man hierbei unbedingt wissen sollte, ist, dass Attack und Release in der hohen Einstellung, also auf der 7, tatsächlich in dem Fall ganz kurz sind. Also rechts ist kurzes Attack und Release, links langes Attack und Release. Wenn wir diese Parameter beim Abmischen einstellen, ist es oft eine gute Idee, mit einem langen Attack und kurzen Release zu starten und Attack dann Schritt für Schritt so zu regeln, dass es vom Sound her gefällt. Genau, wenn wir Attack nämlich zu weit nach rechts regeln, kann es ganz schnell passieren, dass wir die Transienten einfach verlieren. Als nächstes schauen wir uns die Tube-Kompressoren an, die sogenannten Röhren-Kompressoren. Bei echten Röhren-Kompressoren, wie zum Beispiel dem legendären Fairchild 670, wird die Kompression durch Elektronenröhren in der Schaltung gesteuert. Und solche Röhren reagieren deutlich langsamer auf das Signal als zum Beispiel beim Fettkompressor. Deswegen haben wir hier deutlich langsamere Attack und Release Zeiten. Das bedeutet also, dass hiermit die Transienten erhalten bleiben und gleichzeitig haben wir hier viel Saturation mit dabei. Es bekommt eine gewisse Wärme, vor allem die unteren Mitten bekommen oft eine Betonung durch diese Kompressorenart und häufig bekommen die Höhen auch noch ein bisschen eine Betonung durch die Brillanz der Saturation. Und genau wegen dieser starken Färbung sollte man solche Kompressoren nicht auf jeder Spur verwenden im Projekt, sondern nur auf ausgewählten, die eben von dieser Wärme und der Brillanz und der Präsenz dadurch profitieren. Also zum Beispiel auf Vocal-Spuren oder auf Gitarren oder auch auf Bus-Spuren lässt sich diese Kompressorenart wunderschön zum Glätten und zum Hinzufügen von Wärme einsetzen. Die sind wunderschön dafür geeignet, um den Sound abzurunden, um ihn glatter zu gestalten und er wirkt einfach voller, vollkommener dadurch, wie ein bisschen glatt poliert. Dieses Plugin ist also wieder eine Emulation von dem legendären Fairchild 670 von Waves und an der Stelle möchte ich aber auch sagen, wenn ihr euch solche Plugins auch nicht kaufen oder leisten möchtet, ihr habt in Cubase unterschiedliche Kompressoren-Typen auch drin. Zum Beispiel gibt es den Tube-Kompressor, der hier fest in Cubase mit dabei ist, auch in den kleinen Versionen. Das ist also eine schöne Alternative, die gleich in Cubase mit dabei ist. Und hier gibt es unter anderem auch den Vintage-Kompressor und das ist dann ebenfalls ein Fett-Kompressor. Also den ersten Typ, den wir uns hier angeschaut hatten, würde das hier emulieren. Ja, das ist ein sogenannter Opto-Kompresse, ein optischer Kompresse. Das hier ist wieder eine Emulation vom berühmtesten Opto-Kompresse, nämlich vom Teletronics LA2A. In einem Hardware-Opto-Kompressor wird das Signal in ein Lichtsignal verwandelt, das dann wieder von einer Fotozelle emittiert wird und zurück in ein elektrisches Signal verwandelt wird. Und das führt zu einer gewissen Trägheit bei der Kompression des Signals und die kann natürlich auch sehr musikalisch klingen. Deshalb lässt sich hier drin die Attack- und Release-Zeit gar nicht regeln und die sind halt fest als relativ langsame Werte hier drin festgeschrieben. Dadurch hören wir relativ viel von den Transienten und das Signal insgesamt wird schön geglättet in der Dynamik. Ich setze den deswegen seltener auf perkussiven Material ein, wie zum Beispiel auf Drums, sondern stattdessen eher auf langsameren Signalen, wie zum Beispiel auf Vocals oder auf Gitarren oder auf dem Bass. Hier habe ich den mal auf die Vocalspur von Matthias gepackt und damit können wir uns anhören, dass der auch die Silben, die ein bisschen leiser geraten sind, auch deutlicher hervorholt. Im Vergleich Sehr schön! Und das bringt uns zur vierten Kompressorenart, die wir uns heute anschauen wollen, nämlich die sogenannten VCA-Kompressoren, Voltage Controlled Amplifier. Ist alles gut, so was wir alles haben, es ist einfach genug, lass dich von Wellen tragen, ja, Atem zu. Und auch davon gibt es wieder ganz viele unterschiedliche Typen und Umsetzungen. Ich habe uns hier mal von Waves die Emulation des SSL G Master Bass Kompressors rausgesucht. VCA-Kompressoren lassen sich super flexibel einsetzen, es gibt da meistens eine riesengroße Range zwischen kurzen und auch sehr langen Attack- und Release-Zeiten, zwischen denen wir hier wählen können. Gerade um Signale insgesamt zu glätten, die Dynamik schön sanft einzuschränken und das insgesamt zu polieren, dafür ist das eine super Wahl. Das sind sehr transparente Kompressoren, von denen eben nicht so viel Distortion ausgeht. Deshalb werden die eben häufig auch auf Gruppenspuren, also auf Bussen eingesetzt oder zum Beispiel auch beim Mastering. Die habe ich ganz häufig in meiner Mastering-Kette mit drin. Klingt jedenfalls so. Also das macht das Gesamtsignal auf jeden Fall schön weich, rundet das Ganze schön ab. Es ist wie als ob wir es ein bisschen zusammenkleben damit. Und da häufig von den VCA-Kompressoren nicht ganz so viel Färbung oder Character kommt, werden die eben ganz häufig auch mit anderen Kompressoren gemeinsam verwendet, so dass wir zum Beispiel zuerst den 1176er einsetzen und danach hier in so einen VCA-Kompressor gehen. Und das Kombinieren von Kompressoren bringt mich an der Stelle noch auf einen Workflow-Tipp, den ich euch an der Stelle gerne noch mitgeben möchte. Wenn wir Kompressoren dafür einsetzen wollen, die Dynamik einzuschränken, ist oft eine gute Idee, vorher mal ins Signal selbst zu schauen und zu schauen, ob wir hier vielleicht mit einer Lautstärke-Automation erstmal die Dynamik selber manuell einschränken können. Gerade hier in den Vocus von Matthias gibt es einige Silben, die sind wirklich deutlich leiser als andere und manche schießen so heraus. Und was man an der Stelle vor der Kompression auf jeden Fall machen sollte, ist sich das Stiftwerkzeug schnappen und hier an den Stellen, wo eben Silben so besonders laut rausschauen, die erstmal ein kleines bisschen einschränken und damit vorarbeiten, sodass der Kompressor danach nicht so dolle viel zu tun hat. Wenn das Signal nämlich zu dynamisch in die Kompressoren reingeht, dann gibt es eben Stellen, wo wir automatisch schon überkomprimieren, einfach weil der Pegel so hoch ist, mit dem wir an manchen Stellen da reingehen, um an den anderen auch komprimieren zu können. Und wenn wir dann Kompressoren auf dem Signal einsetzen, kann es durchaus auch sinnvoll sein, zwei Kompressoren nacheinander zu verwenden. Zum Beispiel, wenn wir mit dem 1176er beginnen, können wir damit erstmal die lautesten Stellen im Signal auffangen und danach zum Beispiel dann auch mit einem langsameren, ein bisschen färbenderen Kompressor nacharbeiten, wie zum Beispiel dem Färtschalter. Das glättet das Signal im Nachhinein ein bisschen, rundet das ab, gibt vielleicht ein bisschen Wärme und Brillanz dazu. Ist eine schöne Kombination, die beiden. Und ein Plugin, das ich an der Stelle auch gerne noch empfehlen möchte, ist von Schepps, der Omnichannel. Den möchte ich an der Stelle gerne nochmal zeigen. Der hat nämlich die coole Funktion drin, dass wir hier in der Kompressionssektion sowohl einen VCA, als auch FET, als auch einen Opto-Kompressor zur Verfügung haben, zwischen denen wir hin und her schalten können. Gerade wenn man lernen möchte, mit solchen Kompressoren besser umzugehen, kann man so ein Plugin hier wunderschön dafür nutzen, um von Andrew Schepps und vielen, vielen anderen Profimissionen hier Settings abzuschauen. In den Presets stecken hier so viele spannende Informationen für uns, wo wir uns eben abschauen können, wie zum Beispiel in dem Fall die Snare komprimiert wurde, mit einem Opto-Kompressor und mit welchen Ratio, Attack und Release Settings. Das gibt uns also einen schnellen Eindruck davon, dass auch die unterschiedlichen Kompressionstypen durchaus auch alle auf Drums verwendet werden können, aber eben zu unterschiedlichen Ergebnissen im Sound führen. Und das ist doch eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das ist also eine ganz eigene Welt für sich, beim Abmischen mit den Kompressoren den Sound zu gestalten und ich hoffe, du hast heute ein paar interessante Dinge mitnehmen können. Falls du noch nicht abonniert hast, freue ich mich über ein Abo des Kanals und habe hier noch eine kleine Empfehlung für ein anderes Mixing-Tutorial von mir. Ganz viel Spaß beim Komprimieren, Vorsicht mit dem Threshold-Regler und bis zum nächsten Video. Mach's gut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020